Musik 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 Normalerweise habe ich ja wirklich gesagt, wir machen jetzt wieder hiermit weiter Und wer hätte es gedacht, es wird wieder nichts Denn wir haben News bekommen Ihr habt es eventuell mitbekommen Es gibt News bezüglich einer Jurassic World Fortsetzung Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen Ich habe das Ganze auf Instagram mal gepostet Gestern oder heute auch erst Ne, gestern war es Es ist so eine News, die an sich ja schon geil ist Ich habe sogar, Moment, ich habe ja was gemacht Ich habe was gemacht, was ich noch nie gemacht habe Seit ich, ähm Seit ich hier Twitch überhaupt irgendwas live mache Hallo aus Frankfurt Servus, auch Hallo aus Nähe von Frankfurt Ähm Ich habe mir Bilder rausgesucht, die ich jetzt benutzen kann Um euch das zu erzählen, was ich erzählen will Nicht erschrecken, ich habe hier ganz kurz mal ein Gesicht für euch So Wir haben jetzt hier Dieses Bild Da mag man erst mal meinen Gut Es gab jetzt ja die letzte Zeit Ich glaube sogar während Jurassic World Dominion im Kino gelaufen ist Es gab es ja immer wieder so Gerüchte Ey Danach kommt jetzt die Jurassic Era Und was da nicht alles geplant wäre Und so ein Kram und bla 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 Dazu komme ich gleich auch nochmal Jetzt hat sich allerdings auch Colin Trevorrow Dazu geäußert, wie es mit dem ganzen Jurassic Lumbach weitergeht Eine der Aussagen ist gewesen Jurassic World Dominion ist ein Sprungbrett Für ein neues Franchise Also hier wird wirklich von einem neuen Franchise gesprochen Ich gehe davon aus Er meint allerdings, ey Ähm Jurassic geht in irgendeiner Form weiter Nur eben weder Jurassic Park noch Jurassic World Sondern Jurassic Part oder irgend sowas in der Art Wird auf jeden Fall weitergehen Ähm Hat er ganz klar dazu gesagt Das Ding ist Können wir mal ganz kurz Nochmal Wir müssen das nochmal machen Wer von euch hier im Chat findet Jurassic World Dominion Wir machen mal so Gebt dem mal ne Note Dem Film Jurassic World Dominion Mal bitte ne Note geben Ganz ehrlich Ich liebe Dominion Ne 2 plus Ne 2 1 3 Ah ok gut Dann ist es für euch vielleicht gar nicht mal so das Problem 2,75 Da nimmt es jemand sehr genau 5 plus Da gehe ich eher schon mit Ähm In die Richtung Es ist jetzt auch viel Geschwätz Und im Endeffekt will ich damit nur sagen Dass dieser Mann hier Colin Ähm Trevorrow wird Der Kevin Feige Des Jurassic Universe werden Wie findet ihr das? Colin Trevorrow ist der Mann Nur als Beispiel Der uns auch Jurassic World 1 gebracht hat Ja Für die die ihn mögen Der aber auch uns Jurassic World Dominion gebracht hat Es ist der Mann Der Es ist der Mann Der Zum Beispiel auch den Fans die Schuld gegeben hat Dass Dominion nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat Dominion war erfolgreich gewesen Gar keine Frage Aber eine der größten Kritiken ist ja immer noch gewesen Dass die Werbekampagne auf etwas anderes hingewiesen hat Als es dann zum Ende Wirklich gewesen ist Trevorrow's Aussage ist gewesen Ja Er kann irgendwo nachvollziehen Warum die Zuschauer das nicht ganz verstanden haben Mit der Werbekampagne Ist schon eine ziemlich dumme Aussage Weil ich denke mir halt Was soll ich daran falsch verstanden haben Du Pfeife Also wirklich Über dem Neuen Es ist noch nicht angekündigt Dass es ein Universum wird Aber er hat eben gemeint Das Jurassic World Dominion war lediglich das Sprungbrett für ein neues Franchise Und er weiß halt nicht wie wir darauf gekommen sind Dass Disney das so sein sollte Unter anderem Warum es hiermit fertig sein sollte Warum es das Finale sein sollte Hat er nicht verstanden Er hätte ja immer nur gesagt Damit endet die Geschichte Von Dr. Alan Grant Und Co Und Owen Was nicht stimmt Auf dem Logo steht ganz groß drauf Im Werbeposter The Great Conclusion of the Jurassic Saga Steht vorne mit drauf Und so eine Art von Mann ist das eben Also er macht Fehler Er geht so ein bisschen die Richtung Ich mach mehr Werbespot Filme Michael Bay ist dann auch ein bisschen krasser Aber so in die Richtung geht er auch schon Und wenn irgendwas nicht so stimmt Wie er es gern hätte Sind wir als Zuschauer dran schuld Finde ich Weiß ich nicht Das Ding ist aber Warum er überhaupt dazu Jetzt auserkoren wurde Das neue Jurassic Franchise zu eröffnen Er hat über alle drei Jurassic World Filme Die Hand gehabt Also er hat das Drehbuch glaube ich In allen Teilen mitgeschrieben Im ersten war er bei der Regie mit drin Im zweiten hat er auf jeden Fall Das Drehbuch mitgeschrieben Da war ja J.A. Bayona Und im letzten war eben auch er dann der Regisseur Und Drehbuchautor Dominion bekommt von mir schon Pluspunkte Wegen Maisie Ist da jemand verliebt Maisie die Story von Maisie Fand ich auch ganz geil Ey Jurassic World Dominion Die Geschichte die passt doch irgendwo Die Prämisse ist ja in Ordnung Aber dieses lieblose Hingerotze Dieser Geschichte Das stört mich doch so sehr Ich kritisier doch nie die Geschichte glaube ich Ich sag sogar immer Ey ich find die Die Hybriden finde ich eine geile Idee Dass Owen die Velociraptoren zähmen kann Habe ich auch noch nie angekreidet Die Art und Weise wie es aber eben dargestellt wird Wie diese Sachen im Film behandelt werden Das ist eben so ein bisschen das Hingerotzte Und das macht eben dieser Mann hier Der sich halt sagt Yo ähm Das muss für die Massen stimmen Und wenn es halt eben nicht passt Dann seid ihr dran schuld als Zuschauer Ich mag Jurassic World 2 gar nicht Ich mag den inzwischen ein bisschen mehr Weil hast du hier hast du halt noch einen Fokus Zum Beispiel Auf einem Auf einer Hauptkreatur Das ist der Indoraptor In Dominion hast du keinen Fokus Auf irgendeinen Saurier Da hast du ja nur Da ist einer Da ist einer Da ist einer Kennt ihr Pokémon Snap Das Spiel Wo ihr in diesem Fahrzeug Durch die Gegend fahrt Und dann ploppt immer mal so ein Pokémon auf Und ihr könnt es fotografieren Das ist Jurassic World Dominion für mich Ich fand alle Hybriden blöd Ja okay gut Dann ist Jurassic World Aber auch nicht so dein Dein Ding wahrscheinlich Weil Ja Jurassic World ist ja Das Grundkonzept Ist ja um Hybriden Ich hatte auch keine Erwartungen An den Film Deswegen war ich Bisschen positiv zum Film gestimmt Am Ende Das ist doch aber gut Ich sag auch immer Ey Ich hab da auf jeden Fall Zu viele Erwartungen gehabt Ich bin da ja reingegangen Und hab die Erwartungen mitgenommen Die Und das muss ich fairerweise auch sagen Die Colin Trevorrow Mir Präsentiert hat The great conclusion The epic conclusion Of the Jurassic Saga Nicht of the Jurassic Park And world of the Jurassic Saga War gelogen Jetzt bekommen wir ja Jurassic Wie es auch immer jetzt heißen wird Wir haben jetzt eine Welt In der wir erfahren Wie es ist mit Saurian zusammen zu leben In den ersten 5 Minuten Ist das schon richtig Aber das hat er nicht versprochen Also da ist Ich glaube Dass die Erwartungen Ich bin nicht ohne Grund Mit so hohen Erwartungen Da reingegangen Bin ganz ehrlich Man soll niemanden verurteilen Von seiner Machart her Aber so was ich mir jetzt auch Von ihm reingezogen hab Von Interviews Von Aussagen Und ich denk mir Ey Ah man Jurassic Park ist so Mit Herr der Ringe Wahrscheinlich Mein Lieblings Franchise Und dann bekommt so ein Michael Aber nochmal Das große Finale War einfach gelogen War einfach gelogen Wir sehen Eine Geschichte Eine Welt von Dinosauriern War gelogen Wir bekommen ein Mystery Thriller Oder ein Wissenschafts Thriller War gelogen Das ist so ein Fall Wo das Studio Wirklich mehr eingreifen sollte Ich hasse es in der Regel Wenn das Studio Irgendwo reinredet Beste Beispiel ist ja Zack Snyder's Justice League Gewesen Ähm Das kann draus werden Wenn das Studio Die Schnauze hält Aber hier ist es jetzt So ein Fall Wo das Studio Vielleicht mal sagen sollte Ey hier Colin Colin Hast du Also Ne Colin Das machen wir mal anders Ich mag alles von Jurassic Und wenn neuer Content kommt Würde ich mich riesig freuen Du ich bin gespannt drauf Sag ich mal so Ich freu mich natürlich auch Ich weiß Ich bin so ein richtiger Jurassic World Dominion Cringe geworden Aber der Film wird für mich nicht besser Je öfter ich ihn sehe Und ähm Eventuell sehe ich ihn heute sogar nochmal So Das ist aber nicht das Einzige Das Also hier Colin Wird der neue Kevin Feige Das Jurassic Verse werden Wie auch immer das Ganze heißt Da hat nämlich auch dann Filmzeugs drüber berichtet Ähm Das war quasi die Aussage von Trevor Row Dass es hier nur eine Basis gelegt wurde Das heißt Jurassic World Dominion Wenn wir seine Aussage Für volle Münze nehmen Dass hier nur ein Grundstein gelegt wurde War das Ganz bewusste Marketing Täuschung gewesen Uns zu erzählen Dass hier das große Finale kommt Denn das Jurassic Franchise Wird Laut Gerüchten Die sich gerade Immer mehr tummeln Nicht nur Geschichten Während Und diesen Film Die wir schon kennen Beinhalten Sondern eben auch Fortsetzungen Sehr wahrscheinlich eine Trilogie Was haben wir noch Ich hab Ich hab vor Ewig langer Zeit Hab ich mal mit euch Über dieses Bild hier gesprochen Dieses Bild Ähm Ist Fanmade Das ist nicht echt Dieses Bild gibt es so nicht Das hat jemand gebastelt Weil er sich dachte Ah lustig Guck mal Jurassic World geht weiter Das ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich Dass wir etwas in dieser Art bekommen werden Ich hab das Bild auch nochmal ein bisschen größer Kann man das jetzt so erkennen Wenn nicht mach ich's auch gerne mal auf Komplett auf Vollbild Wenn ihr das wollt Das ist jetzt eine sehr wahrscheinliche Das ist falsch Da ist das Bild Das ist eine sehr wahrscheinliche Das kann Das wird so ähnlich kommen Ähm Ich denke mal nicht Dass wir hier irgendwas mit Avengers ähnlicher Struktur bekommen werden Man sieht jetzt irgendwie hier ganz viele Einzelfilme Und Einzelabenteuer Und dann am Ende kommen dann nochmal drei neue Jurassic World Filme Das glaube ich jetzt nicht Ich glaube mehr Dass wir einzeln Also alleinstehende Filme bekommen werden Die jetzt Und eben auch Serien Die jetzt während dem Ganzen Was wir schon kennenspielen Sag ich jetzt mal Es kann einen Film geben Oder auch eine Serie Die während Jurassic Park 1 spielt Nur aus der Sicht von einem Mitarbeiter des Parks Oder irgend sowas Das werden wir dann nach und nach wohl vermehrt bekommen Und ähm Über diese Trilogie Über diese Trilogie Die jetzt hier drin steht Da wurde halt noch nichts drüber gesagt Der Der zweite Titel auf diesem Bild ist Hammond Hammond wurde auch schon öfter genannt In bestimmten Artikeln Soweit ich es verstanden habe Hat er auch Es war nicht Travel Row Es war jemand anderes gewesen Von den Produzenten von Jurassic World Dominion Er hat wohl gemeint Dass es ein Interesse daran geben wird John Hammonds Vergangenheit mehr zu beleuchten Also das wird wohl kommen Schätze ich mal Das wird nicht einfach so In den Raum geschmissen worden sein Sind auch eigentlich ganz geile News Im Endeffekt oder Ich meine ich mag Dominion nicht Aber ich hab irgendwie auch Ein bisschen Bock drauf Ich hoffe halt wirklich nur Dass das nicht So lieblos hingerotzt wird Wie Wie für meinen Geschmack Eben Jurassic World Dominion Auch ein YouTuber aus den USA Der hat irgendwie gesagt Der Mann ist halt kein Visionär Das ist so ein Typ Der entwickelt keine Produkte Der steht nur am Fließband Und drückt immer wieder Auf denselben Knopf drauf Und das ist das Was er auch wirklich macht Meiner Meinung nach Auch Ich mag Jurassic World 1 Doch irgendwo Aber auch das Warum muss der Film Irgendwie Im ganzen Entferten Eine Kopie von dem sein Was wir schon kennen Weil Ähnlich wie auch bei Star Wars Man weiß hier Durch analytische Fähigkeiten Und es gibt auch wie Auf YouTube Analytics Das heißt ich kann zum Beispiel Auch bei mir sehen Welche Videos bei euch Wie gut ankommen Und kann sogar eure Suchbegriffe Herausfinden Das ist kein Scheiß Ich kann gucken Was auf YouTube Am häufigsten gesucht wird Und demnach könnte ich Meine Videos Da reinrotzen Das werden die auch In Hollywood haben Hundertprozentig Werden die das auch In Hollywood haben Und dann bekommen die Auf einmal mit Ey Fast and Furious Finden alle geil Was gibt's noch Mission Impossible Finden auch alle geil Dinos mögen alle Ja was machen wir denn jetzt Knallen wir das einfach Alles zusammen Ich hoffe halt nicht Dass ich damit recht behalte Ich fühle mich jetzt beobachtet Ja gut was du alles Für Suchbegriffe eingibst Das verrate ich jetzt hier nicht Ich sehe nicht Was jeder Einzelne eingibt Ich sehe eben nur In so einer Liste Kann ich euch auch mal zeigen Das ist jetzt kein großes Geheimnis Kann ja jeder Der auf YouTube Irgendwie unterwegs ist Ähm Ich habe so eine Liste Da kann ich eben sehen Was am meisten Gesucht wird Von meinen Von meinen Zuschauern Ich hätte mich auch gefreut Oder ich habe mich auch gefreut Dass Jurassic Park Fortgesetzt wird Auf jeden Fall Aber Die machen doch immer Diese Nummer sicher Man geht immer auf Nummer sicher Weil wenn die Zuschauer Enttäuscht sein könnten Dann ist das Geschrei Ganz groß Ist auch von uns Die Schuld als Zuschauer Wie gesagt Ey Jurassic World Dominion Sage ich immer noch Fühle ich mich irgendwo Gerechtfertigt Das zu kritisieren Weil mir da einfach Was ganz anderes Versprochen wurde Als ich im Endeffekt Bekommen habe Ich habe heute erst ein Video Aufgenommen mit der lieben Jessie vom Kanal Little Red Rum Da quatschen wir Morgen kommt das Video Ne Am Montag kommt das Video Sorry Da quatschen wir über die Über unsere Top Tode Aus Jurassic World Quatsch Aus The Walking Dead Das vermische ich hier schon alles Und ähm Jetzt habe ich den Faden verloren Was wollte ich denn jetzt gerade sagen Es war gar nicht mal so undumm gewesen Ne ich komme nicht mehr drauf Dann war es auch nicht so wichtig Egal Mit Darius und so Es muss nicht unbedingt animiert sein Ich finde dann macht von mir aus Die Serien Animationsserien Bin ich cool mit Aber die Filme Könnt ihr doch ruhig Real Life machen Real Life Filme Aus der Sicht mal von Von Personen mit einem Ganz stupiden Background Ja wir haben jetzt hier wieder In Jurassic World Dominion Haben wir die eine Die den Park leitet Hier die eher Claire Dearing Die auch wieder Mitten in dem Park Involviert ist Dann haben wir Owen Gray Die der Navy Seal ist Und Saurier trainieren kann Die sind schon wieder Von den Grund Von den Grundzügen her Viel zu krass Direkt am Anfang an Von Anfang an Und mir hat mal Ich habe ja mal Einen Aufruf gemacht Wo ich das Buch hier Verlust habe Jurassic Park von Michael Crichton Haben mir ganz viele von euch Geschichten geschickt Das war ja die Aufgabe gewesen Aus dem Jurassic Universum Einfach mal so Geschichten Die euch selber ausgedacht habt Da war so viel geiles Zeug mit dabei Ich muss Ich Das ist eine Sache Die ich wirklich mal machen kann Die alle mal rausfischen Ich hoffe Ich finde die auch wirklich alle Wenn irgendeine da nicht auftaucht Nicht böse sein Und dann lese ich die mal Hier live im nächsten Livestream vor Das sind Geschichten Die habt ihr euch ausgedacht Und die sind So viel Besser Als alles Was Jurassic World Uns gezeigt hat Eine Geschichte war irgendwie Mit einem Farmer gewesen Der Zusammen mit seiner Tochter War es meine ich Überleben muss Und deswegen haben die halt Dann ganz viel dazu tun Weil die Farmerindustrie Eben auch so ein bisschen Vor die Hunde geht Und auf einmal tauchen auch noch Saurier auf Und fressen ihm auch das Zeug weg Und er hat halt Eine Alltagssituation Dann beschrieben Von einem Farmer In einer Welt mit Dinosauriern Finde ich geil Einfach eine Serie Die solche Shorts von mir aus So Short Episoden zeigt Da kannst du sehr viel draus machen Was sollen jetzt noch passieren Als nächstes Was sollen jetzt noch In einer neuen Trilogie Irgendwie vorkommen Ich meine Wenn die schon sagen Wir machen auf jeden Fall Einen Film über Hammond Oder das Interesse ist Da einen Film über Hammond zu machen Haben sie ja wohl Nicht allzu viele Ideen Ja ich dachte jetzt Nicht an den Dino Tracker Ich dachte jetzt Mehr an so Sachen Wie Diese Star Wars Kurzfilme Die auf Disney Plus Gegeben hat Oder Law of Death and Robots Wenn ihr das kennt Das sind teilweise Einfach Kurzgeschichten Auf Netflix Die gehen manchmal Auch nur 5 Minuten So wie das Was wir letzt geschaut haben Diese Kurzfilme Dinosaurier Sowas eben einfach Auch wenn ich es jetzt Hier gerade sehe Diese Atrosiraptoren Die sehen ja Schon ziemlich geil aus Vom Design her Die haben sogar Namen bekommen Was haben die für eine Aufgabe gehabt Die waren für 2 Minuten Glaube ich da 2 Minuten Und sie Chris Pratt Daher gerannt Ja also wie gesagt Ich bin da Gespannt Was da mit passiert Ich hasse es generell Wenn jemand meint Er müsste Universen aufbauen Weil das hat Marvel gemacht Weil es bei Marvel auch Sinn Ergeben hat Und dann hat es versucht Jeder versucht zu machen Und das ist manchmal Eben nicht so gut Weiß nicht Ob ich es brauche Zu erfahren Wie John Hammond Den Park gebaut hat Ich weiß es wirklich nicht Ich würde es am meisten feiern Wenn sie eine 1 zu 1 Erfilmung von dem Buch Das werden sie auf gar keinen Fall machen Das haben sie auch schon gesagt Weil sie dann nämlich Sich mit Steven Spielberg Messen müssten Und da haben wir es doch Einfach schon wieder Was denn das für eine Aussage Ich mache keinen Remake Von Teil 1 Weil ich mich sonst mit Steven Spielberg Messen müsste Es wird wahrscheinlich In die Hose gehen Steven Spielberg ist Meister des Films Den wirst du nicht toppen können Aber man versucht es ja auch nicht mal Man geht auf Nummer sicher Das was ich eben gerade gesagt habe Man geht auf Nummer sicher Und schaut Was halt gerade gut ankommt Und das ist Marvel Deswegen machen wir Ein Universum am besten auf Mit Serien Und Filmen Und am besten Auch einen eigenen Streaming Streamingdienst Universal Plus oder Minus Oder geteilt durch Und Mission Impossible Ist noch geil Und Fast and Furious Und dann packen wir Das alles zusammen Das kommt jetzt so Das fühlt sich zumindest so an Das gleiche haben wir Auch bei Godzilla Godzilla vs. Kong Ist der Film Wo ich sage Der tritt so aus der Reihe Und der ist so typisch So typisch Der will jeden ansprechen Deswegen mochte ich den Nicht so sehr Wie die anderen beiden Der wird jetzt Das nächste Monsterverse Übernehmen Denn auch Godzilla Bekommt ein Universum Aufgebaut Der Regisseur von Godzilla vs. Kong Es ist kein Zufall Dass das alles so passiert Das ist Das ist halt Marketing Klar wollen die Geld haben Hollywood gehört zu einem Riesenteil Das ist ja ein Riesengeschäft Was da abgeht Aber das war es irgendwie Auch schon immer Meine ich Es gibt immer noch Regisseure Hier der Er ist der Typ Der Avatar dreht Wo jetzt Avatar 2 rauskommt The Way of Water James Cameron Der lässt sich einfach mal Über 10 Jahre Zeit Für seinen Film Ist ein bisschen viel Aber da sage ich halt Ja So Da steckt was dahinter Monsterverse Das kommt Das ist bestätigt Und dass ein Neues Franchise Von Jurassic Kommt Das ist auch bestätigt Und da kannst du mal So einen drauf lassen Dass das ein Universum wird Da kannst du wirklich Einen drauf lassen Dann werden wir Sachen bekommen Wie John Hammond Und dann wird er neu gecastet Und Dann erfahren wir Warum er Hammond Mit Nachnamen heißt Und ach Was weiß ich ey Was ist Colin Trevorrow Der Adam Winger Des Jurassic Wars Der Pandaman Servus Schön dass du da bist Ja genau so ist es So ist es Es wäre ja nicht schlimm gewesen Wenn mehr Serien oder Filme Zu Oh Gott Zu drehen Es geht ja nur noch um Geld Das ist logisch Dass das Geld Was du ausgibst Schon mindestens Wieder reinkommen soll Dann zählt es ja auch noch Als Flop Finde ich Das verstehe ich auch Der Film muss natürlich Gewinn abschmeißen Ne Man kann trotzdem auch versuchen Sich irgendwie Mühe zu machen Dabei Und ich hab's noch nicht gesehen Wir kennen das noch nicht Das Ding da Das ist ja noch nicht mal offiziell Also man war Die Es wurde eben nur gesagt Ich mach das Bild jetzt mal weg Bevor jetzt hier falsche Ideen aufkommen Warte mal Es wurde eben nur gesagt Das Jurassic World Dominion War nur ein Sprungbrett Für ein neues Franchise Es wird auf jeden Fall kommen Colin Trevorrow Wird auf jeden Fall Das Mastermind dahinter werden Und ein Interesse An einem John Hammond Hammond Prequel Ist Gedacht Ja Dass da ein Universe rauskommt Das denke ich mir einfach mal so Ja genau Colin als Mastermind Das ist richtig Das ist der gleiche Typ Der vergessen hat Dass der Mosasaurus In der Mitte von der Insel Sein Gehege hat Und keine Öffnung Zum Meer Und deswegen einfach Eine andere Karte gemalt hat Irgendwann Und gesagt Das ist jetzt die offizielle Karte Alles andere ist jetzt Quatsch Das ist dieses Mastermind dahinter Der hat's nicht mal geschafft Jurassic World 1 und 2 zu planen Aber anscheinend Wollen das ja auch Die meisten so Viele finden Jurassic World geil Jurassic World Dominion Weil da eben einfach dann die Aussage kommt Da sind halt Dinosaurier Das wollte ich sehen Wenn das deine einzige Intention ist Um da in so einen Jurassic Film reinzugehen Ins Kino Dann bist du auf jeden Fall bedient Wir bleiben mal hier im Notensystem Was sagt ihr Erstmal was sagt ihr dazu Dass Jurassic Fortgesetzt wird Gib mal eine Note von 1 bis 6 1 ist wie immer gut Und 6 ist wie immer Klasse machst du nochmal Also auch eher so mittelmäßig 3 habe Angst davor Das geht mir genauso Habe ich auch Ich freue mich Aber ich habe Angst davor 3 plus bis 4 plus bis 3 minus 3 Okay Dann jetzt die nächste Frage Wieder im selben Notensystem Was haltet ihr von einem Universum In Form von Marvel Nur eben jetzt mit Jurassic Park Gibt es doch irgendwie schon Ja Ne noch nicht wirklich Das ist noch kein Universum Was wir jetzt haben Du hast immer noch eine Timeline Die du irgendwie abspielen kannst Gut die Serie spielt ja irgendwie Auch noch parallel zu Jurassic World Oder sowas Aber mit Universum Meine ich wirklich Dass du Du kannst zum Beispiel In der John Hammons Serie Eine neue Figur einfügen Und dann gibt es von dieser Neuen Figur nochmal Eine eigene Abgrenzung Dass du wie so ein Mindmap hast Wovon ganz viele Projekte abhängen Die können theoretisch einfach Auch dann eine Serie Über den Moskito machen Der den T-Rex gestochen hat Also da kann wirklich Alles jetzt passieren Es kann eine Serie Oder ein Film Über den Anwalt kommen Über Gennaro kommen Es kann Es können sogar Filme kommen Die vor dem Jurassic Park spielt Wo einfach noch Kein Saurier erschaffen wurde Wo wir noch sehen Wie John Hammond Die Idee planten Alles drum und dran Das ist ein Universum Das wir jetzt haben Ist einfach Ist schon so der Anfang Von einem Universum Ich könnte mir vorstellen Dass die jetzt mit der Serie Und mit Jurassic World Dominion So zwei Sachen abgecheckt haben Erstmal passen Oder gefallen den Zuschauern Parallelgeschichten Mit der Serie Die Antwort ist ja gewesen Und Was wollen denn die Zuschauer Für eine Richtung An Film haben Anscheinend Dinos und Action Und Geballer Ja Und das haben sie jetzt Bestätigt Und jetzt kommt auf einmal Dann die Bestätigung Ja Jurassic Park geht Auf jeden Fall weiter Oder Jurassic Wie es auch immer heißt In dem Bild war glaube ich Sogar Jurassic Era Eingetragen Kann auch sein Dass das so heißen wird Ich weiß es halt nicht Hätte man doch einfach Jurassic World 4 Draus machen können Oder nicht Ja ey hier Was Chris Mix schreibt Das kann tatsächlich passieren Ein Film über den Jurassic Park San Diego Das kann kommen Ohne Scheiß Genau sowas ist das dann Jeden Bullshit In Film oder Serie verwandeln Jeden Gedankengang Den wir uns als Zuschauer Auch selber machen Könnten Einfach vorwegzunehmen Und selbst zu erklären Das ist genau der Hintergrund Das wird Das ist ein Universum dann ja Bei Marvel geht es Bei Marvel funktioniert das irgendwie Da haben wir so viele Verschiedene Helden Die ja quasi auch Alle im Mittelpunkt stehen Mit Jurassic Weiß ich es halt nicht Ey da muss eine Idee Dahinter stecken Vielleicht haben sie auch Ein uber geiles Konzept Das sie jetzt dann Die nächsten Tage Veröffentlichen werden Und da sagen wir alle Ey Richtig cool Ich weiß es nicht Aber die können jetzt auch Einfach so ganz viele Sachen Beheben Es könnte einfach noch Ein Film über Biosyn geben Als Beispiel Der irgendwie Nach Jurassic Park 1 Spielt Oder auch währenddessen Nachdem Dudgson Dennis Nedry Die Dose gegeben hat Und dann Zwitscht dann das Szenario Um auf Louis Dudgson Und sehen wir in dem Film Wie Biosyn Letztendlich so mächtig wurde Wie am Ende von Jurassic World Dominion Das wäre wieder Ein positiver Aspekt Da hätte man wieder was Wo man sagen könnte Okay Jetzt wird hier wenigstens Der Bösewicht Ein bisschen aufgebaut Auch wenn es nachträglich ist Das geht ja auch sowas Es ist ja nicht alles Schlecht daran Man muss aber halt Auch Ideen haben Und nicht nur Ja Leute rennen halt eh rein Marvel ist so geworden Inzwischen Leute gucken sich's eh an Scheiß doch drauf Vor 4 sollen wir CGI fertig machen Was CGI fertig machen Hau das Ding raus Leute gucken doch eh Wir rennen doch eh ins Kino Und das passiert Und das merkt sich Hollywood Das ist kein Scheiß Das ist auch kein Gemecker Oder kein Gerante Hollywood merkt sich schon Was können wir uns erlauben Und was nicht Und wenn die halt merken Ey Leute gucken das doch eh Warum soll man dann irgendwie Noch Geld reinstecken Für geiles CGI Und Requisiten Und sowas Wird doch eh geguckt Wie fändest du Einen Jurassic Horror Film Geil Ist ja genau Das wäre sowas hier Das wäre auf jeden Fall Ein Film ab 18 Das Buch von Michael Crichton Da werden Kinder gefressen Babys Wird das Gesicht rausgerissen Ist vielleicht ein bisschen krass Auch für einen Horror Film Aber das wäre Verfilmt wäre das ein Horror Film Gehen sie aber nicht ran Weil sie meinen Dass sie sich dann Mit Steven Spielberg messen müssten Was auch der Fall wäre Irgendwo natürlich Aber jeder Film Der jetzt rauskommt Aus der Jurassic Ära Jeder Film Wird jetzt zu hören bekommen Aber Jurassic Park War geiler Ist einfach so Dann kannst du auch Ein Remake machen Hollywood erlaubt sich einiges Ey den meisten muss es Aber doch wohl gefallen Ich gehöre dazu In einer Minderheit Die das einfach Der das einfach nicht passt Glaube ich Sonst würden die das ja nicht machen Das Projekt muss nicht doof werden Das stimmt Mit diesem Master Regisseur Bin und bleibe ich skeptisch Ja ey Ich hoffe immer noch Dass da vielleicht das Studio Dem irgendwie in die Eier tritt Und sagt Hier pass mal auf Guck mal was du einfach machst Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe Ey Kevin Feige Hat das super geil hinbekommen Ich finde Diese ganze Marvel Phase Bis zum Thanos Film Bis Endgame Hat super geil funktioniert Gab es auch Auf und Abs Captain Marvel war jetzt mehr so Ah gut war halt Was weiß ich was Das war Aber Der hat es hinbekommen Der hat gerafft Was er machen muss Damit er eine Connection hat Es gab auch hier Sachen Wo er selber zugegeben hat So war das eigentlich nicht geplant Ähm Kevin Feige kam ja glaube ich Aber auch relativ aus dem Nichts Oder Der hat ja vorher auch nicht Jetzt hier die obergroßen Ähm Oscar Filme gemacht Meine ich Es kann was werden Definitiv Aber da musst du halt auch Wirklich wissen Was du jetzt erzählen willst Macht es denn wirklich Sinn Ein Universum Im Jurassic Franchise Aufzubauen Wenn du sagst Ja Dann musst du halt auch Einen Grund dafür haben Mach von mir aus Ey das wäre zum Beispiel was Wenn doch die gesamte Welt Inzwischen mit Sauriern auskommen muss Dann mach von mir aus Geschichten Äh Eine in Ägypten Eine in 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 Äh Überall auf der Welt eben Eins in Alaska Einmal eins in In keine Ahnung Es gibt ja so viele geile Orte Wo einfach Wo man einfach mal so einen Film Drehen könnte Da würde ich sagen Das würde ich gerne sehen Ey Das würde ich gerne sehen Ich finde es schade Dass Jurassic Park The Game Nicht mehr Kanon ist Wäre nett gewesen Wenn sie den Tylo Auf den Moser Losgelassen hätten Ja aber ich finde Ne Es sollten jetzt auch keine Spiele Die irgendwie die Story Noch beeinflussen Wenn dann Mach halt Spiele Die irgendwie parallel dazu spielen Die kannst du immer noch Kanon sein lassen Aber nix Was du gezockt haben musst Um dann die Filme zu verstehen So weit kommt es noch Ein Tarantino Universe Ja Tarantinos Filme Gibt es da nicht auch So eine Fantheorie Dass die irgendwo zusammengehören Und connected sind Nur so eine Grundidee halt Es gibt echt viel Was man damit machen kann Abseits von Wüsten Zum Ausgraben Und kanadischen Wäldern Und so ein Kram Das war so die News Über die wir jetzt eigentlich Ziemlich lang schon gequatscht haben Aber es reicht jetzt glaube ich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020